morgen war es so stehe ich selten auf mit ein lächeln aber ich muss sagen ich mache so circa eine woche definition ja und der fortschritt kommt langsam und ich glaube die meisten sind schon dabei weil der sommer naht jeder will nur six pack dass man die muskeln schön sieht klar in diesem video möchte ich euch einfach zeigen wie man den jahren aussieht wie ich das ganze zubereit und vielleicht leuten helfen die keine ahnung von dem ganzen haben ja in diesem video könnt ihr wirklich von früh bis abend sehen was ich koche und ihr könnt es nach machen und ich würde mich gerne über ein feedback freuen ja wie das ganze gefunden habt ich kann euch wirklich nicht versprechen ob es bei euch hilft bei mir tut probiert einfach aus und ihr seht dann ja also bis in den nächsten videos bis gleich bei japan ist und jetzt ab in die küche direkt noch ein aufstehen gleich ein glas wasser trinken so dann habe ich hier ein paar sachen zubereitet heute mache ein schönes somalette ja drei geschlagene eier in der pfanne habe ich schon leicht eingebraten schinken und zwiebel und ja ich mache gleich ein video ich muss das ganze noch zubereiten topfen kommt auch noch ein bis gleich so in zwischenzeit sieht das ganze so aus somalette hat sich schon geformt hier habe ich jetzt noch topfen drauf so dann mit einer hand ist es schwer zu kochen aber es geht ja so topfen und jetzt einfach mal bravo sieht gut aus oder ja jubeli omelette a la stefan jubeli so jetzt kommen wir zu meiner zwischenmahlzeit hier habe ich 150 gramm rindfleisch in olivenöl angebraten und etwas gemüse junglauch tomaten und paprika das ist jetzt das essen vom training ich habe hier hühnerbrust und etwas gemüse und gleich wird ein foto eingeblendet mahlzeit so leute ich bin jetzt vom training gekommen ich habe hier was zusammen gemischt das 100 prozent verschiertes rindfleisch mit karotten zucchini und zwiebeln sieht appetitlich aus lecker und daraus mache ich jetzt leibchen ich habe hier olivenöl in der panne vorbereitet ich werde gleich leibchen formen so war es das letzte video jetzt bin ich gerade von einem training heim gekommen es war ein erfolgreicher aber sehr anstrengender tag ich bin jetzt komplett fertig ja und die letzte mahlzeit ist jetzt hier meeresflüchte nur meeresflüchte und kurz bevor man schlafen geht nicht vergessen topfen mager leute und hiermit verabschiede ich mich gute nacht und viel erfolg bei der defi-phase und bei